Ein afrikanischer Asylant, ein Schwarzer, läuft morgens durch die Stadt in Nürnberg und spricht die erste Person an, die er sieht. Und sagt, danke, dass Sie mich in Deutschland aufgenommen haben, danke, dass ich hier leben darf, krankenversichert bin, Unterkunft habe, Essen, alles was dazu gehört. Sagt die Person, ich bin kein Deutscher, ich bin Albaner. Sagt der Afrikaner, oh, Entschuldigung. Dann läuft er weiter, sprich für die nächste Person an. Sagt zu dieser Person, danke, dass ich in Deutschland leben darf, danke für alles, was Sie für mich tun. Sagt die Person, ich bin kein Deutscher, ich bin Türke. Sagt der Afrikaner, Entschuldigung. Dann spricht wiederum, sprich für die nächste Person. Sagt, der Flüchtling, dass ich in Deutschland leben darf, dass Sie mich aufgenommen haben. Als Flüchtling sagt die Person, ich bin kein Deutscher, ich bin Araber. Sagt der Afrikaner, wo sind die ganzen Deutschen? Guckt der Araber auf die Uhr und sagt, ich kann nicht arbeiten.